ja hallo zusammen und herzlich willkommen zu diesem info video ja ihr seht den grund warum es beim mit den aufnahmen momentan so ein bisschen hapert fallout 4 aber das hatte ich ja schon ein bisschen angekündigt bzw erwartet und wenn ich mir so meine liste an noch verfügbaren videos angucken ist es nicht allzu viel ich habe noch ein paar videos zu star wars tabletop simulator ist noch was offen und ich glaube jana jones ist noch nicht durch beim prison architekt gibt es momentan aber keinen weiteren folgen also zumindest keine aufgenommenen und jetzt ist mir auch noch ein update dazwischen bekommen das heißt ich muss zusehen dass meine mods dann wieder alle am laufen sind und kann erst dann natürlich entsprechend ja danke dass du mir mit ins bild läuft kann natürlich dann erst wieder richtig aufnehmen wird also ein bisschen knirsch ich habe aber mir was zuvor für überlegt let's play wird es nicht geben vorerst aber ich denke so in richtung lehrstunden die playlist wird das geben und da mache ich mich jetzt auch gerade und dran so muss das vorzubereiten dafür und dementsprechend wie es weitergeht also bis dann euer china teiger